Hallo und willkommen zu einem Kommentar. Es geht um das Video von Generation Islam mit dem Titel Haben wir den Ramadan verstanden? Worte zum Nachdenken. Ich finde das Video höchst bedenklich und sogar gefährlich und möchte daher einige meiner Gedanken beitragen als Kommentar. Das Video ist gerade mal dreieinhalb Minuten lang, aber der Inhalt ist in meinen Augen äußerst ordentlich brisant. Es geht um den Islam und die Menschen, die die Ideen toll finden und die enthaltenen Rituale blind praktizieren. Wobei viele ihrem Idol Mohammed nacheifern, einem Händler, einem Kameltreiber, Piraten, Kriegsherren, Staatsmann und Propheten. Das Video ist mit dem üblichen Sing-Sang unterlegt, das meinem Geschmack so gar nicht entspricht. Aber gut, das ist mein Geschmack. Und über diesen Sing-Sang werden jetzt Szenen und Bilder gelegt, Schnipsel aus dem Leben eines Moslems. Die zeigen so, wie er heute lebt und Rituale praktiziert, die so gar nicht in das 21. Jahrhundert reinpassen. Wie zum Beispiel der siebenmalige Umrunden eines Steins in einem schwarzen Quadrat. Aber dazu später noch eine Beobachtung. Was ich bezeichnend finde, ist das, was in einigen Kommentaren von Zuschauern steht, wo Zurückhaltung nicht so richtig anerkannt wird. Die eher vorsichtige Frage, wohin die Reise denn gehe, wird abgewirkt mit Mangel der politischer Weitsicht als Argument. Ein schon etwas gewagterer Kommentar fragt, ob er seine Nachbarn physisch angreifen soll, nur wegen seiner Einstellung zur LGBTQ-Community. Er wird heftig runtergemacht mit dem Hinweis, doch den Islam zu lernen. Naja, und dann kommen halt die Hardliner, die von Sieg reden und alles islamisieren wollen. Weil, naja, weil Allah. Ja, es wird eben Zeit, den Islam auszurufen, mitsamt der grausamen Scharia. Die totale Unterwerfung. Damit dann nur die verschiedenen Gruppierungen des Islam sich gegenseitig auslöschen. Das nennt sich Frieden. Der Text im Video beklagt sich, dass der Islam, also die Ideologie, die politische Ideologie Islam, dass eines dieser Zeichen und Sinnbilder, der Fastenmonat Ramadan, dass der säkularisiert wurde. Als Behauptung. Also unbelegt einfach eine leere Behauptung. Die aber im Grunde genommen auch schon wieder stimmt. Weil sich eben Millionen von Muslimen jedes Jahr vom Ramadan und Islam verabschieden. Schon vor Jahren haben meine Kollegen in Abu Dhabi und Doha mittags während des Ramadans gegessen. Ganz normal und ganz normal getrunken. Schon alleine, weil wir nicht auf einer Scheibe, sondern auf einer Kugel leben. Wo oberhalb des 60. Breitengrades das Fasten, wie im Koran vorgeschrieben, gar nicht möglich ist. Weil die Sonne ja gar nicht richtig auf- oder untergeht. Aber das haben die Autoren des Korans damals wohl, naja, nicht so richtig bewusst. Diese Kommentare zeigen, dass Muslime mitdenken können. Und vielleicht sogar etwas kritisches Denken entwickelt haben. Und dann merken, dass der Inhalt des Korans größtenteils Blödsinn ist, sinnlos und falsch. Genauso wie ein allbarmherziger Gott niemals einen Ort der Verdammnis haben kann. Die Hölle. Die Höchststrafe. Das heißt, das was hier steht, mit der besonderen Barmherzigkeit von diesem Allah zum Ramadan, dass dies nur eine leere Floskel ist. Zumal ja, laut dem ersten Satz im Koran, Gott ja eh der allbarmherzige ist, also nicht noch barmherziger sein kann, auch wenn es Ramadan ist. Das ist also irgendwie, naja, ein bisschen blödsinnig, ne? Und die Schriftfarbe, die hier gewählt wurde, um Sachen so hervorzuheben, die ist nicht besonders gut gewählt, weil man sie kaum lesen kann. Okay. Also ich kommentiere jetzt hier nicht jeden Satz, weil das einfach zu viel ist. Was aber wichtig ist, ist hier, Beten zu Hause wird als Problem bezeichnet, weil das Vorbereitung ist auf das, was dann folgt. Weil es ist doch nicht das Problem, das Beten, nämlich den Kontakt zu Allah aufzunehmen, sondern das Zuhausebleiben, das als Problem dargestellt wird. Weil das ja säkularisiert. Ich weiß nicht, ob die wissen, was das Wort säkularisiert eigentlich bedeutet, aber es scheint irgendwie was ganz Schlimmes zu sein, weil es so benutzt wird, weil hier wieder dieses Schimpfwort säkularisiert vorkommt. Ich meine, das ist ja Quatsch. Das heißt ja lediglich ohne religiösen Einfluss, also weltlich. Das ist ja alles noch Vorbereitung. Und das ist jetzt das, was mir so Sorgen bereitet. Weil das sind jetzt Bilder, die wohl an Kreuzritter erinnern sollen. Und die werden benutzt, um einen Text zu verdeutlichen, der an Krieg und Schlachten, an Gewalttaten im Ramadan erinnern soll. Ob die jetzt, naja, ob die Schlachten jetzt erfunden sind oder nicht, da werde ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Es geht um Emotionen, die hier geweckt werden sollen. Weil Ramadan mit Gewalt, und zwar mit Gewalt für Gerechtigkeit, für einen Gott verknüpft und assoziiert werden soll. Und das sind halt verschiedene Schlachten, die eben in den verschiedenen Texten auftauchen. Und das geht halt alles mit dem Ziel, ein R zu zeigen, dass diese Schlachten gegen die Kuffar bestritten wurden. Und die Kuffar sind halt, naja, das sind die, die Lügen und die Wahrheit bewusst bedecken. Und das ist dann gegen Nicht-Muslime. Und um das zu verstärken, wird dann das Idol der Muslime bemüht, also Mohammed, samt seinen Gefährten und alles Männer, von denen heute keiner mehr weiß, wie viele es wirklich waren und wer die eigentlich waren. Und wenn die nicht den Islam durch das Schwert verbreitet hätten, naja, was dann? Wäre der Islam ohne Gewalt so verbreitet worden? Naja, laut diesem Video nicht. Und dann kommen jetzt einige Behauptungen, die eigentlich völlig, völlig unbelegt und einfach nur aus der Luft gegriffen sind. Das ist Unsinn, das ist geballter Unsinn. Aber es ist eben Propaganda, die bei leichtgläubigen, naiven Menschen ihre Wirkung haben kann. Wenn sich das schön anhört und mein Wunschdenken bestätigt, warum sollte ich es dann anzweifeln? Und vielleicht stellt es sich ja sogar als falsch heraus. Und das wäre schlimm für mein Selbstwertgefühl. Also tue ich so, als ob das alles stimmt und fühle mich dabei wohl. Hm. Das tut aber nur jemand, dem Wahrheit und Integrität nicht so wichtig ist. Daher ist meine Moral auf einem sehr viel höheren Niveau. Nein, der Islam und schon gar nicht einzelne Muslime waren je die größte Zivilisation der Welt. Aber gehören denn hier auch Shias, Ahmadiyah, Sufis, Ishmaelis und so weiter und so weiter? Gehören die alle dazu? Weil diese verschiedenen Gruppierungen sind sich intern auch noch spinnefeind. Und nein, schon wieder nein. Wir wissen nicht und schon gar nicht genau, was sie getan haben damals vor tausend Jahren. Es ist fast unmöglich heute noch zu wissen, was damals geschah, weil alles verhindert wird, was Aufklärung geben könnte. Texte dürfen nicht datiert werden. Ausgrabungen dürfen nicht stattfinden. 90% der Menschheit darf ja noch nicht mal nach Mekka und schon gar nicht, um dort etwas zu überprüfen. Und deswegen ist das alles Blödsinn. Aber was genau wird denn hier den Muslimen aufgezwungen? Säkularismus bezieht sich auf Nichtreligiöses. Was am Moslem ist denn nicht religiös? Und was davon wurde einem Moslem aufgezwungen? Das ist doch albern und nur ein Versuch, sich jetzt irgendwie in eine Opferrolle zu zwängen. Wir armen, unterdrückten Muslime, wir müssen ja zur Gewalt greifen, um einfach nur Muslim sein zu dürfen. Wenn unser Glauben getrennt wurde, wovon denn? Was den Angelegenheiten des Diesseits? Welche Angelegenheiten, bitteschön? Jeder Mensch darf doch glauben, was sie oder was er will, solange keine anderen davon beeinträchtigt werden. Das ist ja ganz einfach. Jeder darf doch beten, solange keine anderen davon beeinträchtigt werden. Das ist doch ganz einfach. Und jeder darf den jeweiligen Gott anbeten und den Glauben ausleben, solange niemand anders davon beeinträchtigt wird. Das ist doch ganz einfach. Es wird jetzt vermehrt das Islamvokabular eingestreut, eines der Anzeichen für einen Kult übrigens. Und dieses wird jetzt als Irrglaube verbreitet. Weil Muslime töten jeden Tag. Und das ohne Ausnahme. Und die, vor allen Dingen andere Muslime, die sie des Irrglaubens beschuldigen. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem vorgeworfen werden kann, als Muslim. Dieses Taqwa ist einfach nur die Gottesfürcht, die Rituale bedingt, um den Islam, Gott, einfach nur zufriedenzustellen. Und genau das wird als Irrglaube hingestellt, was absolut lächerlich ist. Weil der Islam zu 99% aus Ritualen besteht, die auf antikem Aberglauben basieren. Das können Zaubersprüche sein, das kann Beten sein, die ganzen heidnischen Riten, die in der Pilgerfahrt, Exorzismus, Hasanat-Punkte sammeln, der Koran selber oder bestimmte Kleidungsstücke. Die Auswahl ist riesig. Und das Islam, gerade im Islam, als Irrglauben zu bezeichnen, das ist doch lachhaft. Hier, naja, hier ist wohl etwas schiefgegangen. Weil es wird jetzt hier geschrieben, man soll sich von der Welt distanzieren. Aber das Gegenteil muss doch hier gemeint sein. Also die Zuwendung zum Weltlichen, da es ja um die Verbreitung eines Irrglaubens geht. Also irgendwie ist das Gegenteil da hingekommen. Na ja, gut. Und was jetzt daran eine Ungerechtigkeit ist, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Entweder etwas stimmt oder es stimmt nicht. Das ist doch dann nicht ungerecht. Und na ja, jetzt nach gut zwei Minuten wird es spannend. Weil jetzt wird der Zuschauer vorbereitet, etwas zu akzeptieren, was in den meisten Menschen nicht vorhanden ist. Und zwar dieses Kalifat. Und dieses Kalifat wird dann besonders hervorgehoben. Und das kommt jetzt andauernd vor, dass man jetzt diese Rituale nimmt als Handlung, die dann aber kulminieren müssen in einem Kalifat. Das heißt also, die Handlungen sind nicht dafür gedacht, einfach nur für Muslime selber da zu sein und nicht nur für diesen Gott da zu sein, sondern es muss ein Kalifat errichtet werden, was den Menschen irgendwie das Gefühl vermittelt, dass sie damit etwas erreichen können. Und da wird jetzt einfach gesagt, dieser Säkularismus hat uns deshalb infiltriert, weil es eben kein Kalifat mehr gibt. Das heißt, das Kalifat ist jetzt die Lösung. Und wenn ich mir das angucke, dass Rituale aller nicht glücklich machen, sondern nur der Endsieg über die Ungläubigen, die Errichtung eines Kalifats, dann ist das eigentlich das Endziel für jeden Muslim. So wie ISIS sich das vorgestellt hat. Oder wie es im Iran, sorry, der islamischen Republik Iran praktiziert wird, in der Allah an erster Stelle steht, auch in der Verwässerung. Und der Ayatollah als Imam, wie der Papst, der Stellvertreter auf Erden ist, solange der Mahdi noch nicht wieder erschienen ist. Und deswegen muss es jetzt irgendwie ein Kalifat geben, damit das alles verhindert wird. Damit diese fremden, und das muss man über fremden Konzepte, die Köpfe der Muslime verunreinigen. Das heißt also, auf der einen Seite wird das Kalifat positiv dargestellt, zur Freude Allahs, und auf der anderen Seite die Säkularisierung, die als Verunreinigung dann in die Köpfe reingehämmert wird. Das heißt also, nachdem hier aus dieser Grundstein gelegt wurde, kommt das Video zum Kernpunkt, das Kalifat, welches unbedingt erforderlich ist, und alle anderen Staatsformen ablösen muss. Ohne Ausnahme. Nur der Islam soll erhalten bleiben. Und alles, was den Muslimen abhält, brav und gehorsam sich gegen alles zu wenden, was nicht Islam ist, wird auf das Fremde, das Säkulare geschoben, was Muslime ja verwirrt. Und deshalb getötet werden müssen, weil sie ja anderer Meinung sind, und dann den Islam verlassen. Es liegt also an den Menschen. Und diejenigen, die Säkularität befürworten, naja, die kommen dann später dran. Es liegt nur an den Muslimen selber, den Glauben in Taten umzusetzen, um das zu erreichen, was ihr Gott nicht vermag. Nämlich Menschen als Muslime herzustellen. Dafür sagt dieser Schöpfergott kläglich. Mit einer Fehlerrate von ca. 90% der Leute, die nicht wie gewünscht diesen Gott anbeten und ihm dienen. Was ja das Ziel dieses Gottes ist. Also muss der Mensch ran. Es liegt an uns. Der Mensch muss das Kalifat errichten und alles auslöschen, was dies verhindert. Es ist ja unausweichlich mit dem Endsieg. Der Ramadan ist also nicht nur einfach der heilige, der in sich gekehrt betende Monat, sondern der Monat des Sieges. Der Monat mit Schlachten und Taten. Und das ist die Message dieses Videos. Und deswegen sage ich, dieses Video ist gefährlich, weil es den Muslimen suggeriert, sie dürfen jetzt irgendwann losschlagen. Weil es dann einen Sieg geben wird. Wie gut, dass fast alle Muslime besser sind als ihr Gott. Leider eben nicht alle. Alles Gute zum Ramadan. Ach so, ich habe ja noch einen Nachtrag zu bieten. Was hier witzig ist, die Kaaba mit dem Stein, oder den Steinfragmenten, der ist ja mittlerweile sehr oft geklaut und zerkleinert worden. Die Umrandung erinnert ja stark an ein weibliches Geschlechtsteil. So, hier sieht man es dann. Aber in dem Video wird es um 90 Grad verdreht, wohl aus Scham. Denn ein Muslim hat das schließlich auch. also Scham, wenn es um sowas geht, eben an der falschen Stelle.